Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Yu-Gi-Gi-Gi-Duel Links Wank-Hit. Ja, letzte Fahrt ist relativ gut gelaufen am Ende, mit meinem Tojama-Deck. Ich mag es, wenn schlechte Karten gut wären. Und aus diesem Grund spielen wir jetzt einen elementaren Deck, mit dem ich im Stream früher ein paar Spiele gewonnen habe. Ja, Bronze, Bronze, Bronze. Ah, das Bronze 1. Aber es muss ja nicht bedeuten, dass er scheiße ist, sondern dass er nur nicht sehr viel Wank gespielt hat, so wie ich. Als es meine Familie stört. Warte mal, hast du gerade richtig gesehen? Was ist Frau Polymesie-Station? Wir Polymesie-Station. Warte mal, deine Na, 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 na Na, 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 na bo- Get your hated on Wimson's woran nur eine Polyme- Harrison Okay, Jasho'n Meu听 oh wie ova seele Elemental Hero Ocean! Ja, Ocean! Ich hatte sie... Ozean. Was hat er? Nix. Er hat nichts. Ich aktiviere den Spell! Weiß ich, was er hat? Ich weiß es leider nicht. Nein! Nein! Ja, verpiss ich mir! Ich will dich nicht! Oh, Ovasoul! There's a brand new hero! And his name is... Elemental Hero Neos! Kabam! Let's battle! Go Neos! Unleash your power and defend Neos Space! Cosmic Rouge! Warte. Er wird's mich zeigen. Es ist nicht vorbei. Er zieht hier eine Karte versteckt, die er nicht zeigen will. Warum nicht? Wir werden ja auf jeden Fall die ganze Zeit benutzen. Meine Karten werden mir nicht verlieren. Du verlierst dich selbst. Ich werde nicht verlieren. Ich werde nicht verlieren. Ich werde nicht verlieren. Nein, wir werden ja sehen. Spasti. Ich traue. Gucken, was er macht. Gar nichts. Kann nichts machen. Ja. Mit Ocean, Ocean, Waldmann, Neos. Ich benutze mein Facetown-Karte. Ich attivate ein Schmodellnack! Ich auseinaste mein Facetown-Karte! Ichищrufe mein Facetown-Karte! Ichwickle einen Schmodellnack 있으 sembla anderes. Ich vergleiche mein Effetown-Karte! Ich autoIN die Funoma-Uner statisticiere! Ich in reconstALT-Karte, Ich you you du? Wins 1 Auf mein Turn Polymerisation! Ich hab gewonnen, GG Ja, es kommt zurück auf meine Hand. Prolimarization! Sieh, Ass! Ich schuhe jetzt, Sieh, Ass! Sieh, Aras, wie im Japanisch so heißt. Appear, Elemento Hero, Terra Firma! Terra Firma! Ging zur Scheiße. From the deep, here comes Elemento Hero, Ocean! Let's battle! Easy. Äh, Elemento Hero sind ganz sparsoph, Scheiße. Danke. Prolimarization OP. Silber! Wow! Für das erste Mal in meinem Leben Silber. Kappa. Nee, nee. Bei meinem ersten Spielstand war ich auch Silber. Zum Glück. Ja, da wollte ich nur die Bronze genannt werden. Deshalb bin ich da schon ziemlich schnell Silber gegangen. Oh, Silber ging Silber. Endlich mal. Casual. Joe Wheeler vs. Shane Eppin Yuki. Because he's absolutely flawless. Scheiße, er bekommt einen Rang. Ich werde aufgeben. Nee. Als ob ich aufgeben werde. Time to get my Moral One. Time to get my Moral One. All right. Get your game on. Get your game on. Get your game on. Get your game on. Absolutely flawless. Gucken was du so hast. Ich kann auf jeden Fall entweder Terra Firma oder Flame Wingman beschwören. Obst das dein Oops. All right. Ich versuche ein Monster in eine Atacht position. Okay. Entої teint fare und 영상 gehtse. 4 weiter. Du du du. Ich versuche ein Monster. Ich werde ein西 März vorwärer Gald. Meine Folge. Wir sehen uns. Ich glaube ich bin schon Flamingman, oder? Ja ich bin schon Flamingman. Wird er sie jetzt benutzen? Oder sagen wir, er wird sie jetzt benutzen? Um Brot keine Angst mehr zu haben. Danke. Okay. Das passt zu nur Wix. Prolimatization Here comes the heal to both you and me, Elemental heal Flame Wingman Time to battle Turn up the heat Flame Wingman Flame Wingman's effect activates You take damage people to the destroyed monsters attack I end my turn Looking too good for me Your move My turn So, mal gucken Gibt er jetzt auf oder Irgendwas ist so Schaff ich noch Meine hat 30 Karten im Deck Aber ich kann nicht das halt was Gutes geben Ich zieh das relativ klein I tour Oh mein Gott, hätten wir Tatsächlich den 6er Moral mal so schon Oh, wir kommen Okay Okay Ich habe ein spezieller Summoner Okay Ich habe ein Monster in der Anwaltungsposition Ich habe ein Monster in der Anwaltungsposition Ich habe ein Monster in der Anwaltungsposition Geh das Mein Monster wird anwaltungsvolle Ahhhh Ich mag meine Anwaltungen Ja, der Effekt hat sich nicht aktiviert Weil du natürlich jetzt kein Monster hast, weil du den Kopf hat hast Der Idiot Got your game on Get your game on Easy Zack, nix du Alter Richtig hot fire hier Schöne winning streak Like holy shit Oh Gott, der hat sehr viel Wank gespielt Pfff Ah Bonds Zombie Deck Hoffentlich Ghost Rick Bitte, bitte Ghost Rick Schucken Ich habe es sonst gehabt Alright Get your game on Alter Alter, was im Bullshit Du hast wie ein Bullshit Dreimal Polymisation noch angefangen Ah Ah, ich kann dich kotzen Ah, das hängt sich zu nah, wie was ich nicht so geschahm will Wenn 1,2 Polymisation ist okay Aber doch Einmal New Placement Ich füriere auf Elemental Hero Blazeman Blazeman Blazeman's Effekt aktiviert Grüß Neos Schade Hallo Ach jetzt Okay 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 Oh Okay Oh Okay Oh ich wollte doch die ich wollte ihn doch spezial beschwören ich wollte doch den wiederbeleben genau dann im nächsten success over soul hatte ich könnte kotzen könnte katzen hat der maul der hat es den doch wohl nicht ob man müssten ja dass sie nicht geaufwandt dann wäre es nicht passiert nein du musst dich an ihr was oft weil du so dumm bist wie ein stück scheiße alter als ob er jemals für den kick gespielt hat jetzt mal for real ja selber schuld mehr musste dazu nicht sagen außer selber schuld ich war all of the structure okay doch ist aber und nur ein monster mit 1300 oder mehr ich meine ich hätte das game verloren ich nehme es an ich habe das spiel geflämt naja ich bin kein entspricht der genischen dummheit rechnen ich habe auch nicht der welt ich meine winning streak hat ich stoppen können aber nein er muss ja nie auch so opfern wie ein mini monster was eigentlich nur ein normales ja bisher noch mal beschworen wird wie dumm kann ein menschen sein jetzt mal ganz im ernst und vom neuen und von seinem land die schieße hat er kann nur so dumm sein ja aber ich dachte ich wäre geil ich bin das bei dem maul go down we're no lose let's have fun Okay, Ganalte und Sook. Okay, dann Free Attack. ist okay ich lasse den einkriff durchgehen ich lasse den einkriff durchgehen und jetzt mal die maske brauch ich nicht wirklich ich brauche polo man sich in wobei doch nicht mehr jetzt nicht machen müssen ich kann mir einen schaden stoppen na gut ich finde da fragst ich komme schon polymerization polymerization kommen Das wird gefickt. Komm zurück Ocean. Wo bist du, Mann? Da. Wo bist du, Mann? Ich habe einen Fehler gemacht. Oder? Habe ich das? Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Egal. Prolumerization. In der Taufe start's a tough place. Prolumerization. Ich habe eine Karte. Ich habe ein Monster. Es ist Zeit für Krieg. Los geht's! Mein Monster hat mich. Ich wusste, dass du das machst. Hier ist mein Facedown-Karte. Mein turn ist fertig. Mein turn ist fertig. Ich schreibe. Von meiner Hand, ich aktiviere mein Spielfeld. Okay, ich glaube, die stoppt jetzt mein Unist-Krieg. Sehr gut. Und jetzt? Mein Monster attack... Oh, ja! Ich schreibe. Von meiner Hand, ich aktiviere ein Spell. Wasp. your turn is done. yer kam��면 supervier. Ich habe mich verloren. Oh, Piercing Damage. Okay, gut. Oh, ich habe meine Inchein-Down-Connection-Error. Schade. Ja, schade. Schade, schade. Matching Successful. Starting Duel. I do some card shine. Some cards are special foil. Killer. Ist er aber wirklich ein Killer? Da ist so vieles mehr fun, wie in der nächsten Folge von Train. Du bist in Juli. Time to get my motor running. Okay, wir kommen durch. Ich will den auf jeden Fall nur einen Grund haben. Okay. Ich habe auf jeden Fall eine Combo in der Hand. Ich kann entweder Flammenflügelmann oder Dialo beschwören. Ich bin ein Monster. Ja, das ist dann Super. Ich schade. Wenn die Taufe sword, die Taufe blazes Polymerisation. Polymerisation. Wenn die Taufe sword, die Taufe blazes Polymerisation. Die Taufe war so. Aber das ist nicht so. Die Taufe war so. Da kommt der Taufe. Zeit für die Taufe. Die Taufe auf. Die Taufe auf. Das ist die Taufe. Das ist die Taufe. Sie nehmen den Taufe. Äh, Shane links. Was macht er? Die Taufe. Die Taufe. Die Taufe. Es ist mein Geil! Als ob er ihn ein Drachendeck-Heated-Hard hat! All right! I Special Summon a Monster! Battle! All right! You asked for it! You haven't beat me yet! Here I go! I draw! From the deep! Here comes Elemento here! I set a card! Let's go! Oh, you're going down! My turn next is with Joey Wheeler! It's my turn! I'm going down! I activate! I activate! I activate! I activate! I activate! jetzt bescheuert er einen blue ice white rain what the fuck wir haben so etwas ok anscheinend hat er keinen bock auf so einen blauigen weißen drachen wirst du mann bitte seid dumme greife einfach nur an ok kann man uns immer beschwungen und er kriegt schon und es gibt eine probleme mussten auch offen ziehen ich kriege avion und vom deck für mein deck verkleinern fliegen wegen mein kopf hat noch da habe ich das ja 1 2 oh gott die chance dass er auch schon bekommen ist ziemlich klein ich glaube es reicht auch noch glaube ich reicht neos ja ich brauche nur neos wird jetzt ein plus weiter schon weiß ich ich brauche neos neos und ich ja ja wartet neos und ich habe ne chance 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 neos und ich habe neos und ich habe ne chance neos und ich habe 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 neos und Ah sucks, it really sucks Does that make connection Egal mit welchem Monster mich direkt angreifen hätte können, ich habe verloren und meine Stecksmonster hat 1.000 Führungspunkte. Ich hätte zwar noch einen Monstern-Verteilungsspielzeug geschwunden, aber da hätte auch nichts gebracht. Das ist ein Rundwing, ich habe so viel. Unlucky, Unlucky Games. Gulp, gulp, tschüss. Nein, aber macht keinen Knutchen. Was ist denn los? Ist der falsch mit den Leuten. Normalerweise gibt man eigentlich 50 Knutchen an Iros. Ich weiß nicht, dass ich meine Deck ein bisschen bearbeiten ... Ich baue 30 Minuten auf, ja, das Minuten so ein Deck arbeiten ... ich habe ihn zweimal ist gut aber ich habe nur sie oft nur einmal naja muss einmal noch sehr oft bekommen irgendwie und ich muss noch einmal fucking forrester mann bekommen ich habe 12 hatten mir helfen und kampf überleben was ja das reicht aber komplett aus eigentlich normalerweise wäre man dick nicht voller machen ich habe 21 reichen schon eigentlich schon zu viel manche nekoscheid wenn ich auch mit dem maß kommen um ihn aus zu beschwören aber eigentlich voll viele kombos und näos zu beschwören ja nichts ja hier der zweiten zweiter flamme richtig geholfen ich will es noch eine chance gehabt naja wir sind zwar irgendwann vielleicht in der nächsten folge dann wäre es mal meine belohnung ein es hat eine weile es ist ja wohin gewesen kann man schon einiges an belohnung kommen man hier sehen kann und noch ein pack opening hinterher jolo auch was eigentlich ist das video warum 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 habe ich nicht mehr genug was was sollen ich habe mir doch nichts sind kartrader gold und das für eine scheiße ich habe mir union scrabble holt ja ist ziemlich stumm gewesen toll unterstützt man komplett zerstört weil es dort wieder nachher bis jetzt wieder eine karte bekommen von der euro mage und man ist heute geld ich spiele es hätte auch die box das hat jetzt noch ziemlich wichtig ist element alt jetzt instant terror firma oder sie aus na gut es wäre doch ziemlich glücklich gewesen ja das war sein